Moin Was geht So Ich hab mir ein paar Sachen angeguckt So an Jo also Tutorials angeguckt Und Da werden wir mal gucken Wie wir das Hinkriegen Mit den Demonville Also ich hab mir da Ein bisschen was angeguckt und das sieht eigentlich Relativ entspannt aus Und Das sollten wir eigentlich relativ schnell Hinkriegen So So Nappend Oh Oh So 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 Okay Oh cool Da freu ich mich schon drauf So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und was habt ihr dann vor? 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 Oh Gott So, also Patrick B Aber habt ihr gesehen, woran die sich ernährt? Ihr braucht 18 Woher hat er denn die Biene? Weil die Patrick B braucht auch ein ATM Star Und was habt ihr dann vor? Und was habt ihr dann vor? Und was habt ihr dann vor? Und was habt ihr dann? Und was habt ihr dann? Dookdookdooon Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, und hier bauen wir den Demon Will. So, aber ich habe mir nämlich ein Tutorial angeguckt. Und hier haben wir dann geguckt. So, um... So, um... Vielen Dank. Warum meinst du, dass es länger dauert? Achso, ja. Aber das kriegt er hin. Ich kann auch noch... ...Stuff mit beifeuern, wenn irgendwas benötigt wird. Das ist natürlich kein Problem. Äh, äh, weiter. Ups. 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 Warum killst du dich denn selbst? Okay. Ey. Okay. Okay. Processing. Das. Das. Und hier kommen dann vier raus. Okay. 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 Hast du keinen Wehrwolf? Okay. 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 Evilcraft. Okay. Das muss doch hier irgendwo in den Questbox drin sein. Okay. 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 Hello. Moin, Kano 0511. Ich bin gerade mit einem Projekt drin, aber danke fürs Fragen und danke fürs Follow. Wie findet man denn raus, was sagt denn Doktor Internet? Ich bin gerade mit einem Projekt drin, aber ich bin gerade mit einem Projekt drin, aber ich bin gerade mit einem Projekt drin. Ähm, ne, aktuell nicht. Es kommen auch noch ein paar Spiele raus, die ich unbedingt spielen möchte. Deswegen, glaube ich, für ein zweites Projekt hätte ich leider keine Zeit. Äh, Tronic, ich hab... Danke dir auch. Ähm... Tronic, ich hab gerade nachgeguckt und irgendwie gibt es Villager, die Dark Gems verkaufen. Die Ver放 team. extra 5-6-6-157-3. Ja, 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 ja. Oh. Ander side. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was bist du? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Hier gibt es ja echt keine. Hier gibt es ja 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 keine. Hier ist ja keine. Hier gibt es 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 ja keine. Jetzt... So, finden wir noch irgendwas? Ah, dieses elendige Fliegen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, fast vorbeigeflogen. So. Oh, vorbeigeflogen. Oh, da kommt man. Oh. Was ist das? Okay. 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 Moment. Detektor. Was ist das hier? Home sweet home. Okay. 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 Rutscher? Und hier ist noch was. Was ist das? Oh Gott. Hm. Huh? Was ist das? 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 So, finden wir hier irgendwas? Was ist das? Was ist das? Okay. Vielen Dank. Oh Gott, wieso ist denn hier ein... Hä? Oh. Na ancient city. Oh, aber im Neza... Hm. Oh. Oh. Weil ich eh warten muss. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Wie viele Ritualsteine habe ich denn schon? Das war's für heute. Oh. So. Oh. 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 Das war's für heute. Ah. 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 am Blut zaubern. Ich will diese Ritualsteine jetzt fertig bekommen. Und ja. Ja und Bügeln und so weiter kann ich vollkommen nachvollziehen. Okay das läuft bei mir immer auf Freitag. Weil ich Freitag 13 Uhr Feierabend habe. Oder 12.30 Uhr. Dann bin ich 13 Uhr zu Hause. Dann habe ich noch genügend Zeit um Wäsche und so weiter zu machen. Und dann kann ich wenn ich alles fertig habe entspannt ins Wochenende starten. Die wird und das ist gonna ich also bin Oh, 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 oh. Ja, okay. Kann ich dann auch verstehen. Ja, okay. Ja, okay. Oh. Ja, okay. Ja, okay. Oh Gott, hätte ich hinten und vorne keinen Bock drauf. So, ich würde mal eben was noch kommen. Ah. Ja, okay. 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 So muss ich das auch machen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Das war's für heute. 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 Weil, Ja, ja, yeah, ja, 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 ja. Also, ich will hier raus ein Signal bekommen. Also, ich will hier raus ein Signal. Was ist das? So, jetzt mache ich das anders. 187 Slate. Wir machen das jetzt so. Dann läuft das jetzt durch. Achso, damit ich die Rituale hinbekomme, weil ich eine Demon Will Farm bauen will. So, jetzt mache ich das jetzt so. Oh ne, nicht hier. Peaceful soul, oh Gott. Hier ist das Zehn. Blood magic. Ritual diviner. Oh. Wie krieg ich die? Oh. Oh, ich will die mal eben herstellen. Cool. Ob sie da Klappes Macamacream Und... Gehast. 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 Die Weine kriegt man nie? Ah. Amen. 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 Alter, ich steige hier nicht mehr durch. Gibt es hier irgendwo nicht ein Buch? Gibt es hier nicht mehr durch. 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 Gibt es hier? Gibt es hier nicht mehr durch. 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 Geht doch. Au. Ich habe hier überhaupt kein Rezept drin. Jetzt Ritual. Was brauche ich denn hier für ein? Vier. Hm. So. Was für eine Rune kommt dann? So. 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 Das Video ist echt. 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 Okay. Okay. Das Video ist echt. Das Video ist. Das Video ist echt. Okay. Okay. Also. Ich habe mir da ein bisschen was angeguckt. Wir brauchen von denen hier noch welche. Okay. 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 ich gesehen hatte, war ein paar lustige, coole Sachen. Und zwar brauchen wir jetzt unseren Refine Storage hier unten. Wir brauchen diese Demon Roll. Oh. 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 War 20. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Okay. Und Exporter 5. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So machen wir das über Spawner. Ich glaube da kommen dann zu viele. Okay. 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 F-L-E-R. So, können da Viecher jetzt spawnen oder nicht? So, können da... Okay. Okay. Und kriegen die hier Schaden? Whoops. Oh. Okay. Okay. So. Bei 1200. Oh yeah. Okay. 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 Dann machen wir hier nochmal ein. Okay. 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 Das sieht nicht aus, als ob die hier Schaden bekommen. Das sieht nicht aus, als ob die Schaden ist. ... ... Da! So... Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm. Ah. Oh no. 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, das hat geklappt. Okay. Wie heißt das erste Retro? Wie heißt das erste Retro? Wie heißt das erste Retro? Wie heißt das? Wie heißt das? So, wie heißen die? So, wie heißt das? 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Was ist das? Das ist alles so verwirrend und ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. So, was wollte ich jetzt überhaupt machen? So, was wollte ich denn jetzt? Oh. 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 Das war's für heute. 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 Hello? Hello? Oh. Hello? Hello? Der hört dich nicht. Doch, der hört mich. Nee. Hey. Guck doch mal auf sein Symbol. Der hat ein Stecker-Symbol. Achso, der guckt mal in Stream. Da guckt er in Stream. Ja. Was gibt's denn? Ah, er hat gesagt, er hat gesagt, ich soll mich auf den Weg machen. Das war's für heute. 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 Das baut sich auf. Das baut sich auf. Oh, ja. Oh. 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 Ah. Oh. Ich hab' uns leider das einen Block falsch gesetzt. Ach, das wird schon. Ja, wo bleibt der Strom? Strom wurde abgestellt. War zumindest alles richtig, so wie es ausschaut. Ja, das sieht gut aus. Jo, Glückwunsch. Wie das aussieht. Jetzt hast du einen Erfolg, ohne ihn gemacht zu haben. Ja, ich kann aber die Belohnung dafür nicht einsammeln. Die letzte Belohnung. Alter, du kannst... Man kann sich halt irgendwas aussuchen. Dein Netsch ist da. Der ist sauber. Okay, not bad, not bad, da muss ich mal gut move. Also Daka guck ich in Ruhe durch. Ja. Ne Trophy. Ja, und jetzt Creative, ne? Ja. Wir haben's geschafft, wir haben's soweit geschafft. Ja. Ich versuch da auch noch mein Glück dran. Weißt ja, hier kannst du's jetzt einfach hier in die Kiste schmeißen, ne? Wie du alles hast. Ah, okay. Ja, einfach in die Küste rein und fertig. Ist alles eingestellt. Nice. Egal ob Patrick's da oder... Ja. Der Patrick ist auch eingestellt. Ja, den hab ich in Auto-Craft. Das geht zum Glück schnell. Du hast die Starforge gemacht. Ne, ich hab einfach mit... Also ich hab's genauso gemacht wie Tronic. Nur der Block hier drunter ist ein Crafter. Ach so. Oh, nicht schlecht. Ja, so kann man's ja im Endeffekt auch mit dem, äh... Mit den Sternen machen. Ja, genau. Ja, jetzt noch. Siebzehn weitere, ne? Hm... Achtzehn Blöcke brauchen wir. Achtzehn Blöcke? Diese scheiß verfickte Biene braucht ja auch einen ganzen Block. Äh, ja. Genau. Und ich hab zwei Patrick Bienen fertig gemacht. Das heißt da A zwei Blöcke plus... Was waren's? Drei Blöcke untenrum. Ne, da brauchst du nur einen. Da reicht einer? Ja. Ja. Okay. Also du brauchst eigentlich erstmal nur diese Sterry Bee, weil die kannst du nicht selbst breeden. Ja. Dafür brauchen wir ja noch acht weitere. Genau. Und dann brauchen wir ja noch einen ganzen Block, der unten in dem Fielding Slat drin ist. So. Oh Gott. Es reicht aus. Dieses unförmige Rad. Alles eingestellt hier in den Rafter, alles auf eine Reihe. Ja, das war ein Krampf. Ich hab das bei mir ja auch gemacht, das ist nicht schön. Vor allem alles gefiltert. Ja. Ach ja. Komm mal jetzt. Einmal drinnen und fertig. Das war ein langer Weg dorthin. Du bist ja auch nicht fertig. Äh. Worstedt Radioaktiv... Welche Biene ist das? Die Worstedt Radioaktiv die... Ich will die gar nicht drinnen. Äh. Du meinst die Wasted? Oh. Du meintest die Wasted Bee? Ja. Ja, die ist auch interessant. Die kannst du ausreden. Die kannst du... über äh... hier Pipes legen oder spawnen, wo Waste drinnen transportiert wird und die ernährt sich anhand dessen. Und... produziert dann selbst Waste. Also Radioaktiv Waste. Ja, die brauche ich unten im Keller, aber... Das heißt, dieser ganze Strang ist auch fertig. Ah, ja. Okay, ja. Das ist auch schon mal gut. Und wie viel könnt ihr jetzt noch machen? Das war der einzigste. Ja. Sowohl von den Blöcken her, von dem Eulimodium, kriegen wir genug können. Okay. Davon haben wir 88 im System, 24... 28 brauchst du ja pro Durchgang. Ja. Davon hatte ich schon ein paar gemacht. Und von den Patricks brauchen wir gar nicht erst anfangen. Davon haben wir zwei Stacks. Ja, die sind ja auch easy. Ich hab die einfach mal in die Kiste davon einmal vollgeknallt und abgewartet. Ja. Ja. Ja, ich muss jetzt bloß noch ein paar Mal den Hammer auch noch machen. Oh. Wie viele willst... Ach so. Du hast ja selbst eine Farm, ne? Was? Äh, von den Hammern. Und den... Ich mein... Ich mein einen anderen Hammer. Thor's Hammer. Thor's Hammer? Wie macht man den denn? Oder... Warte mal. Welcher Hammer ist denn das jetzt? Das muss man gerade überlegen. Mölnir oder so? Mölnir, ja. Mölnir, genau. Wow, kickt die Legastinie rein. Zweimal hat ihn jetzt schon gemacht. Weil du mich vergessen hast wahrscheinlich nicht. Warum? Nö. Ich find diesen Hammer nicht mal, also... Naja, ich auch nicht. Zu welchem Quarftenrezept gehört der denn? Ähm... Man kann es aber überlegen. Ah, ähm... Hier zu dem Hole. So, genau. Zu der... Black Hole. Ach, mit J, okay. Wie craftet man den? Ach du Scheiße. Kraftest du dich? Doch, den kannst du auch kraften, glaube ich. Nein. Das ist ein Runenritual. Ach so. Das heißt, den kannst du nur finden. Nein. Der... Der wird per... 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 auf dem Wohnen mit ganz viel Mana und... Sag, das ist doch Quarften. Ach, das ist nicht Quarften. Es ist Zauberei. Verbrennt die Hexe. Das ist Quarften. Nein. Äh... Oh, wir haben hier 1300 Snowpeen-Trophäen, ne? Was zur Hölle? Ja, die brauchst du. Ja, ich weiß. Ich habe eine... Ne, ich habe noch keine. Ich habe einen Stack. Hey. Und, wie weit ist unser Gast? Äh... Du meinst mit den Roten, ne? Hm. Wie war... Wie hießen die denn? Äh... Joa, ich mach mal weiter, ne? Viel Spaß. Viel Spaß. Danke. So. Gott, hast du viel geschrieben. Ich habe so ein bisschen drüber geguckt. Und ja... Du hast mit allem recht. Und ich weiß, mit dem ME... Äh... Wird das mit den Waste Barrels besonders einfacher. Durch die... Radioactive... Ähm... Ach, was war das? Radioactive... Äh... Geschichte, die man da bekommen kann. Uh, yeah. So. 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 Uh. Ups. Ja. That... werde ich denke ich mir mal dann in dem Fall auch mal angucken. Das war's für heute. Das war's für heute. Es ist so pichy, Stasen. Es ist ein Crack von der Fractured Crystal. 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 Aber wir sollten das ganz besser nicht mehr raten. Ob es einen Klack Crucid gab, Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, Gathering of Forgotten Souls ZDF, 2020 Oh So, 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 Also wir sind heute ja mal überhaupt nicht weit gekommen. Also wir sind heute ja mal wieder. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 So, wie hieß das noch? So, Upgrinder... So, wie hieß das noch? 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 So, holen wir mal einen Chicken Spawner. So, wie hieß das noch? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, dann ist hier jetzt irgendwo ein Ei. Das war's für heute. 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 Ich will's. Das war's für heute. Das war's für heute. Gute Nacht. Das war's für heute. 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 So, und damit würde, da, so ... mache ich jetzt den stream aus ja ist leider nicht so gelaufen wie ich dachte muss ich noch mal gucken ob man da noch irgendwie was ändern kann ja also ich habe mich aktuell keine idee was hier soll warum und wie und was und ja also wünsche ich noch einen angenehmen abend eine ruhige nacht und ja dann auf jeden fall bis zum nächsten mal und auf wiedersehen macht es gut und haltet die ohren steif gute nacht